Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von milano.com vor. Das ist eine Internetseite, auf der man besonders viele Kleider oder auch Schuhe für die Abendgarderobe kaufen kann. Ist also ein ziemlicher Fachshop, was den Modebereich insgesamt angeht. Aber wir zeigen euch das Ganze hier gerne mal von unterwegs, wie das Ganze aussieht, wenn man von unterwegs was bestellen möchte. Und so wird man hier auf der Startseite gleich mit einigen Angeboten begrüßt, zum Beispiel derzeit kostenloser Versand. Es gibt auch Angebote, zum Beispiel Bags and Shoes, also ganz einfach Taschen und Schuhe, die hier derzeit 40% reduziert sind. Und auch ansonsten gibt es hier sonstige Angebote, auf die hier hingewiesen wird. Es gibt oben auch eine Suchfunktion, falls man zum Beispiel direkt weiß, was man sucht, vielleicht sogar von welcher Marke, kann man ganz einfach oben eine Suche starten. Das Ganze klappt hier auch nochmal im zweiten Tab. Dort kann man übrigens auch sehen, welche andere Suche man bereits ausgeführt hat. Es gibt in der Mitte dann die Kategorie an sich. Dort seht ihr schon anhand der Kategorien, das ist wirklich ein Fachjob für vornehmlich die Abendgarderöbe, zum Beispiel hier im Bereich Hochzeit ist ein großer Bereich mit dabei. Da gibt es zum Beispiel Hochzeitskleider, auf die man zurückgreifen kann. Und hier sieht man dann gleich eine Liste, beziehungsweise die Darstellung der unterschiedlichen Sachen. Die kann man sortieren oder anzeigen lassen nach der Beliebtheit, was als Neuestes reingekommen ist. Und auch vom Preis her kann man das Ganze hier ganz einfach ordnen lassen. Die Detailseiten zeigen wir euch auch einfach mal. Da ist nämlich für eine mobile Anwendung eine ganze Menge drauf zu sehen. Es gibt hier viele, viele Bilder. Übrigens gibt es auch Herrenartikel, also nicht nur Damen, Sachen wie Kleider, sondern auch Herrenartikel. Das können wir euch gerne nochmal zeigen. Darunter gibt es die Möglichkeit, hier auf eine Beschreibung zurückzugreifen, die meistens auch ziemlich lang ausfällt, wie ihr hier seht. Also mit vielen Bildern. Man kann natürlich auch ranscrollen, da findet man alle Details. Und wenn man den Preis, beziehungsweise wenn man die Menge und die Farbe gewählt hat, sowie die Größe, kann man das Ganze auch in den Warenkorb legen und dann später von unterwegs bestellen. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Was haben wir denn noch? Für Herren gibt es ja manchmal auch Sachen. Man's Clothing hier. Jackettes zum Beispiel sind mit dabei. Und dann seht ihr die hier ebenfalls angezeigt. Es gibt übrigens dann im vierten Schritt den Warenkorb. Der ist jetzt derzeit leer, weil noch nichts hinzugefügt wurde. Man kann dann aber auch den Checkout, also die Bezahlung hier von unterwegs vornehmen und letztendlich die Bestellung komplett von unterwegs, also vom Smartphone aus abschließen. Im Bereich mehr gibt es noch die Möglichkeit, auf die Einstellungen zurückzugreifen und Informationen über die App-Entwickler einzuholen. Aber ansonsten war das auch die gesamte Anwendung von Milano.com. Gefällt mir persönlich ziemlich gut. Ist auf jeden Fall das meiste an Hinhalt drin und man kann ziemlich gut auch hier von unterwegs shoppen. Aber im Großen, sich die Bilder nochmal am Computer anzuschauen, empfehle ich persönlich dann doch nochmal. Das war's aber von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.